ich will das nicht machen ich mag das nicht aber es muss ja jetzt nicht hier wieder irgendwelche sachen klauen vorher gewinnen zwei runden in folge gegen die arena champion blablabla das geht ja noch irgendwo vielleicht mit so weiter geht natürlich top ich habe wenigstens keine nachteile oder so es ist jetzt nicht schwer du hast nein ich finde das so blöd dass ich keine neustartfunktion gibt ich komme schon fast an den wichser ran jetzt kriegt er doch seine verkackten schuhe mein gott ich brauche eine küste so langsam aber sich ja achtet ihr auch gesichert und scheinbar gott ich kriege auch noch füße ich brauche noch mehr füße noch mehr füße ich habe mich selbst zugebaut geil okay ich glaube das wird nix hey 9 kokos geht hier voll ab was soll das denn jetzt warum denn die aber besser als riller hoch meine scheiße hier ja danke aber das schaffe ich nicht jetzt noch mal vier schuhe oder so ja ja scheiße ich wollte im kack ding extra ausweichen habe dafür meine kack dinger hier geopfert wofür für den arsch ich habe hier 90 prozent auch füße es hatte schon wieder alles gesichert man das gibt mir sowas auf den sack nämlich immer den kopf da ist ja voll die reihe frei und so ich bin es nicht umgegangen weil ich mir dachte wenn ich auf mein eigenes feld drehen ist natürlich kacke das böse ist halt hier genauso ähnlich wie bei den balllevel man muss hier eine gewisse zeit verbringen also hier ist es erst eine minute 30 war glaube ich am anfang zu ende bei balllevel hingegen dauert es glaube ich meistens länger als 30 nein nicht mich abschließen bitte danke es klaut sie mir alles weg ich glaub das nicht ohne hure und die kriegen alle ihre scheiß schuhe ich versuche sie abzuglocken oder renner oder eine kacke hier so noch bin ich der erster frage so wie lange bleibt hat so nein 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 du kriegst es nicht ist mir egal ich wollte ich wollte nur die punkte verhindern das ist die kucke wieder nicht ganz gut dabei ich hoffe man ist noch eine kiste nein 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 23 war es ist mir viel zu viel okay die kiste kriegt der scheiße aber es sieht eigentlich ganz gut aus dass ich bis sie erst ohne gewinne okay außer reise lochen ist ich klaut hier die schuhe lalala okay ich muss leider durch die rakete durch der war gar nicht mal schlecht sehr schön das habe ich schon mal einen guten anfang gemacht hoffe man dass es auch so weitergeht gehe ich zwar nicht von aus arsch wixer man ich habe es gerade ausgesprochen kann wie sein ey oh war keine absicht noch mehr füße für den dennis ich komme da nicht dran verflucht du arschloch jetzt bin ich da dran gekommen man nein 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 ich bin gerade darauf gesprochen was ich gerade von der rollen geholt habe ich habe ja schon ein tiefer ich muss ich weiß noch nicht wie ich das schaffen soll aber ich muss es irgendwie schaffen ihn noch einzuholen nein zu früh abgeschossen ich muss es halt ich muss seine felder klauen die coca 2 das video ist gut okay wie sieht es aus er hat nicht viel vorsprung jawohl okay ich glaube ich habe ihn eingeholt zwölf sekunden noch meine kiste bitte nein auf jeden fall ich habe das jetzt das meine kiste ich hoffe ich habe es nicht natürlich ich glaube ich kann ja geht nur meine kiste ja danke es gibt auch so was sagt wir so verkickt das schloss haben fiktig aber wie es auf sein eigenes feld gelaufen darf ich auch mal wieder oder ist jetzt hier ende mit mir das hat ich schon wieder geschlossen aber ich noch mehr glück haben auch nicht die schuhe kann nicht sein du bist eine stinkende kleine figure echt mann die koko nehm ich muss man schon auf den keks weil ich mir hier gerade alle auf den keks weil die alle gegen mich arbeiten aber okay 50.000 kisten die punkte ist immer gut mit dem scheiß schloss hier meine fresse ja letzter gut gut der ist schön du versagst ich krieg das nicht in echt ich krieg meinen verkackten schädel rein hier pakete warum klau mir alles was ich hab oh ich hab füße und noch mehr füße und punkte hey okay wieder schöner start auf jeden fall nein nein ich will bitte die schuhe haben die schuhe sind nämlich echt mehr als gold wert sie schon platin wert aus der sonne hervorragend nein ich hab doch nach rechts gedrückt was bist du denn für ein arschloch aber vielleicht treffe ich einen auf gut glück gut okay das war jetzt mein fehler da habe ich einfach nicht drauf gehalten wo ich drauf trete wie so ein paar klauen vorher mann oh gräscher 760 ist eigentlich echt alles andere als gut noch ein paar mehr die klaut sich auch jede verkackte kiste unfassbar aber ich glaube dass das sieht gut aus so ein bisschen eine runde jawohl und ja ja dankeschön ja okay gut jetzt nur noch einmal gewinnen das ist alles voll du nicht mit gelb nein nein ja da habe ich auch diesen scheiß schule mal ein meine fresse da habe ich die kacke gesagt ich wollte das doch gar nicht haben das wollte ich habe konnte kiste die einsamen zu wissen von der nein 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 das könnte ich sein arschloch okay das wird schon wieder nichts obwohl ich glaube ich gerade zu viele schuhe er wollte ich kackfiguren die stimme im weg der kann nicht sein oder meine fresse so einfach mal rüber hier zack wir sind da überhaupt die coco oder arbeit alles schön in die ecke wo ich gerade einfach gar nicht hingehe ist es ist okay und durch dagegen schon großartig sagen sind ja noch schuhe okay das wird eh wieder nichts ich muss 20 johlen mindestens um den verkackten crash zu besiegen alter wenn ich das nicht noch geschafft okay gut ich habe das platte schön wäre es ja was gold redigt hmm hmm ah 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 ah